Ah, Fräulein voller Wider. Sie sind also die Weizekleonzexperaten? Nein, also ich habe... Sie sind seit vier Jahren ohne feste Stelle, habe ich gesehen. Jetzt wird sich schon ein wenig mehr Bewerbungen abschicken. Sonst liegen sie uns auf der Tasche und damit auch in der Allgemeinheit. Ich habe mich doch selbst mitgemacht. Ich habe einen Online-Show. Und wenn du etwas privat sagen darfst? Ich habe gesagt, okay, privat, ja, es nervt so. Ja, ich habe jetzt die Ahnung gewechselt. Egal. Also was wolltest du sagen? Um das Äussern auch von der äquivaligen... Ich muss immer auf die Flamingo schauen. Ich weiss auch nicht, ich kann sie nicht anschauen. Ich muss einfach einfach schauen. Okay. Habe ich noch was ich noch sagen? Herr Raufgeier, Entschuldigung, jetzt müssen Sie nicht zuerst Sie daran nehmen. Ich bin doch als erstes... Nein, weisst du, ich habe mir im Online-Show erzählt oder so. Ja, aber ich habe zuerst einen Termin gehabt, Entschuldigung. Es geht doch alles der Eier an. Ich meine, ich warte immer und dann jede Woche muss ich da tanzen. Die Uhren, wir werden mir vorzeigen. Ja, und übrigens, Frauen wollen wieder, gerade bei kurzen Jeans. Gibt es ein Problem mit kurzen Jeans? Ja, kurzen Jeans. Auch bei kurzen Jeans ist es manchmal weniger, einfach nur weniger. Ich habe zuerst einmal darüber nachgedacht. Hey, alles voll bevorstehenden Film. Die Entlämmer.